Duplicacy kennt ihr vielleicht schon von dem ein oder anderen Video von mir. Das ist ein praktisches kleines Tool um Backups zu machen und vor allem auf kleinen Geräten wie zum Beispiel QNAP NAS oder Raspberry Pi, also dass die nicht so viel Power haben, ist das echt nützlich, denn es braucht relativ wenig Ressourcen und kann damit schon eine Menge bewirken. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass viele von euch jetzt nicht so angesprochen waren von dem Tool, denn man braucht dafür eine Command Line Version, also man hat keine grafische Oberfläche. Der Vollständigkeit halber, ja die gibt es auch, die gab es auch schon die ganze Zeit, aber halt nicht für Geräte wie zum Beispiel QNAP NAS. Jetzt gibt es aber eine Web UI und jetzt ändern sich da die Sachen doch ein bisschen, denn im Grunde kann ich eine Web Oberfläche hier auf jedem Gerät laufen lassen. Also ich kann die auch auf dem Raspberry Pi laufen lassen oder halt eben auf dem QNAP NAS. Man bekommt eine Testversion für 30 Tage, ansonsten kostet die eben Geld. Die Preise finde ich aber recht fair, weil jeder zusätzliche Computer, den man anschließt, wird deutlich günstiger und auch die folgenden Jahre sind relativ günstig, wie man hier sehen kann. Ich würde es euch gerne einfach mal vorstellen. Ich will jetzt dazu noch nichts Wertendes sagen, weil das diese Web Oberfläche erstmal ganz neu ist. Es fehlen noch ein paar wichtige Sachen, wie zum Beispiel das Monitoring von Backups oder wie wird ein Fehler behandelt, was mir zum Beispiel auch noch nicht klar ist, wie das Programm Windows Buchstaben behandelt, ob es quasi nur die Buchstaben für ein Backup benutzt. Wie auch immer, das ist jetzt nicht Thema dieses Videos. Ihr könnt euch hier für euer System das Teil runterladen. Geht zum Beispiel auch für macOS, Linux und Windows. Wir reden jetzt also über die Web Edition. Die ist noch ganz neu, wie gesagt, also da werde ich jetzt erstmal nichts bewerten. Ich habe die auch schon gestartet und rechts unten sehe ich dann so ein graues Kästchen. Kann ich einfach mit einem Rechtsklick starten, wenn ich es dann hinbekomme. So, Rechtsklick Open und jetzt wird einfach nur ein weiteres Browserfenster aufgemacht. Wenn ich hier schon bin, dann habe ich schon einen kleinen Einrichtungsschritt gemacht, nämlich ein Passwort festgelegt, damit die Passwörter, die ich ab jetzt eingebe, verschlüsselt gespeichert werden können. Das heißt, Duplicate legt also schon mal Wert auf Sicherheit, was ich sehr positiv finde. Wenn man jetzt hier anfängt, interessieren eigentlich einen erstmal drei Sachen. Als erstes muss ich hier einen Storage hinterlegen. Storage bedeutet, ich muss ein Backend hinterlegen, also wo sollen eigentlich meine gebackupten Dateien liegen. Ganz einfach und klassisch würde das natürlich auch gehen, wenn ich jetzt einen USB-Stick oder eine Festplatte habe. Da kann ich hier einfach auf meinem Computer auch einen Ordner auswählen. Ja, das wäre das lokale Backup, gibt aber auch die Möglichkeit, das auf einen entfernten Server zu machen, zum Beispiel über SFTP oder halt hier diese Protokolle, die ihr hier findet. Unter anderem ist als Standard hier auch WebDev vorhanden. Es gibt aber auch die Möglichkeit, das über Google Drive zum Beispiel zu machen. Und ja, das kann man auch im Grunde guten Gewissens tun, denn man kann so ein Backup ja auch verschlüsseln. Also als erstes würde ich mir jetzt hier sowas anlegen, dann würde ich hier zu Backup gehen und auch hier müsste ich ein Backup anlegen. Was wähle ich hier aus? Naja, was will ich überhaupt Backupen? Das lege ich ja beim Storage nicht an, sondern ich sage hier, ich möchte irgendwie C-Benutzer oder irgend sowas hier Backupen und kann dann natürlich da auch Ausschlüsse definieren. So, hier erstmal auswählen. Hier würde ich jetzt den Storage auswählen, den ich vorhin gewählt habe und würde eine Backup-ID vergeben. Und als drittes hier habe ich hier die Möglichkeit, einen Ausführungsplan einzugeben, englisch Schedule. Und ja, hier gebe ich jetzt mal irgendwas ein und kann dann genau auswählen, wann was gestartet werden soll. Das kann ich speichern und hier kann ich dann, ja, auswählen, was soll eigentlich passieren. Gehe ich hier auf Plus und dann kann ich sagen, naja, ich möchte ein Backup machen. Ich möchte eigentlich nur prüfen, ob mein Backup okay war und Prune würde bedeuten, ich lösche halt alte Backups nach bestimmten Regeln hier weg. Ja, also das kann ich alles machen. Das wären die drei Schritte, die man durchlaufen muss. Leider gibt es dafür aktuell kein Wizard in der Form, braucht man jetzt aber unbedingt auch noch nicht. Ich würde an eurer Stelle auf jeden Fall mal auf dieses Duplicacy mit der Web-Oberfläche ein Auge haben, denn ich sehe da großes Potenzial. Ich finde schon, die Commandline-Interface-Version, die ist schon ziemlich mächtig und wenn das jetzt noch, ja, aufgebohrt wird mit einer schönen grafischen Oberfläche und vielleicht noch einem vernünftigen Monitoring, dann wird das Backup-Programm so richtig interessant werden.